Hallo, es geht weiter mit dem Schrecken aller Jäger. Das Monster, wo wir im Monster Hunter Double Cross Let's Play keine Folge gemacht haben, wo wir ihn geschafft haben. Wir haben ihn auch nur einmal machen können. Der Blutbart Diablos. Ich bin gespannt, ob wir den hinkriegen. Und ja, ich habe keine Ahnung von ihm. Ich habe ihn einmal gemacht vor 100 Jahren, noch im Japano Monster Hunter. Wo ich kein Wort verstanden habe. Und ja, sehen wir dann. Sehen wir dann. Sehen wir dann. Wir können auch, müsste es gehen, wenn ich jetzt winke. Hier, da oben sind ja, ah, im Gebiet 7. Coole Sache. So, dann soll ich noch mein Affinitätsöl holen. Wir haben unser Alchemistyle. Ob das was macht, bringt, was immer, sehen wir dann. Ich hoffe, es ist schön nützlich. Und ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Schiss vor ihm. Ja. Vermutlich ist es total unnötig Schiss vor ihm zu haben. Aber ich kenne ihn halt nur, weil ich ihn mit dem Hund, die ich mal gemacht habe vor 100 Jahren, als wir noch alle keine Ahnung von dem Spiel hatten, weil es auf Japanisch war. Und es ist halt, da war er schon brutal böse. Ich habe Lebenspulver dabei und anderen Shit. Und ich werde ihn heilen, weil er jetzt schon auf die Fresse bekommt und sich für ermutigt fragt. Der Drecksack wollte am Anfang eine Doppelblutbar-Diablos-Quest annehmen, ja? Wie sollen wir den denn machen, wenn wir noch nicht mal einen bekämpft haben bisher? Heieiei, was denkst du denn hier? Roll, roll, roll. Nein, nein, nein. Oh Gott, braucht er lange. Okay. Er ist noch so. Dingst. Ich sehe nichts. Mein Gesicht. Mein Halm. Ach, scheiße. Mann, was ein Drecksack. Ich will nicht. Ich mag ihn nicht. Was? Wie weit geht es? Ich mag ihn nicht. Ich will nicht. Und, 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 und. Oh, okay. Er hat auch gehalten. Der Pekko hat mich auch gehalten. Ah, ja, ja. Was soll das denn? Wir brauchen unsere Arche nie Wunder. Was ich damit meine? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, der Marci hat mich weghauen. Ich wollte gerade den Wagemutzerlein setzen, ganz kurz. Wäre dumm gewesen. Wow. Ich kenne halt die Angriffe von ihm nicht so wirklich. Ich meine, ja gut, okay. Es ist ein Diablos. Man kennt Diablos. Aber, der ist ex. Der ist halt auch noch ein Stückchen anders. Und das ein bisschen Stückchen anders. Das ist halt, das ist gefährlicher an ihm. Weil man was anderes gewohnt ist. Und dann auch so ausweicht. Wenn er da nicht so was macht, dann ist halt du. Fast das falsch ausgewählt. Beschleuniger ist das, was wir wollen. Okay, er ist im Boden drin. Wenn er auf mich zugeht, rollen. Oh. Okay. Marci halt. Wir wollen niemanden sterben sehen. Nicht so früh. Drehst du dich direkt um. Schlucken. Ich darf auch nicht zu viel nichts machen, weil, ja. Das ist natürlich nicht cool. Aber das hat man so halt, wenn man so viele Items hat und so, dann macht man halt auch oft nichts. Was traurig ist. Sollte ich mir abgewöhnen vielleicht. Aber ich will ja auch trotzdem meine Items benutzen. Oh. Bist du in der Wand? Eieieie. Geil. Schnell woanders hinstellen. Der gute alte Marci ist nämlich gerade dabei, seine Schwert und Schildkompos zu machen. Und der benutzt gerne den Move, wo er jemand anderes weghaut. Da muss man aufpassen. Kenne deine Kollegen. Ist auch wichtig, ja. Denn nun dann wirst du aua machen, aua. Tu mir weh. Lass mich in Ruhe. Ich bin unschuldig. Oh, ho, ho. Oh, ja, ja, ja. So. 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 Ich brauche noch mal eine Stufe 3er. Danach kommt Stufe 4. Oder war das Stufe 4? Muss ich schauen. Der Ruhumschlag hat nicht sehr viele in Vinci-Vinci-Frames. Das ist noch nicht so lange unverwundbar. Wow. Was machst du denn? Nicht mit mir. Dein kleiner C gehört mir. Dein kleiner C hat keine Chance gegen meine mächtige Macht des Schwert und Schildes. Ich habe ein Schwert und ein Schild. Was hast du? Er geht recht easy. Ich glaube, zu zweit ist er etwas schwerer. Ich will schnell den Mars hier heilen. Ach nein, bitte nicht. Ach nein, bitte nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich muss aber noch schärfen. Das ist vermutlich doof getimt. Aber ist mir egal. Bitte nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Problem von mir ist auch, ich haue nicht oft genug drauf. Dadurch ist mein Rundumschlag nicht oft genug ready. Und das ist Scheiße. Ja, haha, 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 goddammit, haha, egal, egal, hallo mein Kollege, ahhhh, tut mir nicht weh, ich hab zu viel Respekt vor dir, ui, ja, und, oh, nein, ach nee, jetzt geh ich gleich auf die Fresse, ahhh, das ist so ein Arschloch-Move, aber sowas von, also wirklich, das ist extrem fies, weil man halt während dem Schrei, also man wird durch den Schrei so lange gedingst, gestoppt, dass man, wo, nicht, es ist nicht möglich, dann den Move auszuweichen, und das finde ich hart fies, das ist nicht die feine Monster Hunter Art, Ja, schrei doch, ich würde gerne mal einen Klingdance machen, aber ich hab Angst, dass du mir gleich auf die Fresse gibst, du Baby, du Monster Baby, So, pass die Feilung an, oh, Oh, ja, okay, mach ich hier auf den Schweif, Boom, ich hoffe, das war nicht allzu nutzlos, haha, Nicht allzu nutzlos, wie sie es angefühlt hat, wir haben keine Ahnung mehr, keine Ahnung für den Marci, Ach, wie weit geht der Scheißschrei, jetzt geh ich auf die Fresse, Dieser unfair-Kack-Move, Mann, ohne Scheiß, ich mag ihn nicht, weg hier, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, Äh, scheiß, ich bin tot, Oh, ich lebe, Alles geplant, Nichts einfacher als das, ich mein, Was, was kann denn ein Diablos, Gegen mich, Er kann doch nichts, Wir haben die Stufe 5 erreicht, Es ist Zeit, nochmal rein zu rennen, Stufe 5 einzusetzen, Und damit meine ich nicht jetzt, wir machen den davor, So, wir wollen was haben, Und zwar, Unseren Jubel, Und wenn ich jetzt überlege, Können wir den Jubel verbinden mit dem, Ich finde keine Kombiliste, ich will kombinieren, Den Jubel verbinden mit dem, Wo ist der Scheiß, hier, Nein, natürlich nicht, Schade, Oh, Ach, jetzt ran doch zu uns, Na gut, Ach ja, Hier für dich, Ich hab, Ich hab, Ununfährten Schrei und Stinke, Aus meinem Kopf, Naja, Musst du mir nicht sagen, Das ist nicht so, Ist für mich, Ich weiß über dich Bescheid, Seit 100 Jahren, Ich habe dich studiert, Ich weiß alles, Was es über dich zu wissen gibt, Deine Schwachstelle ist Brokkoli, Und du magst Spinat nicht, Nicht mal ein bisschen, Wer mag Spinat nicht, Komm schon, Spinat ist doch eigentlich voll geil, Und weg, Und, Angriff, Und, Auf die Fresse bekommen, Den kann ich gut, Puh, Ähm, Ja, Nein, Gewehr, Wehe, Wehe, Wieder mich, Danke, Das ist nur, Nur der Marcy, Der ist fast tot, Aber, Marcy kann nicht sterben, Marcy ist unsterblich, Denn, Marcy, Ist, Er hat eine Lebensversicherung, Seht ihr, Einige Scheiße, Man, Er hat überlebt, Das ist eine Rüstung, Ich habe dafür gesorgt, Dass er, Über 900 Verteidigung hat, Und, Des, Obwohl er die nicht mal, Komplett verbessert hat, Der wäre vermutlich, Bei 1000 irgendwas, Da kam Peco her, Mit seinem, Oh, Da geht der Kampf, Aber nur so kurz, Wenn wir nicht den Doppel, Ja, Bloß machen, Als Maul, Schaut euch das Vieh an, Ich gehe auf sein Bein, Auf seinen kleinen Zeh, Das ist eine Schwachstelle, Wenn man Schwert und Schild spielt, Weil sein Kopf tut mir weh, Und das finde ich nicht gut, Schaut euch mal, Wie, Wie, Wie das sich einfach, In den Boden rein dreht, Dieses Luder, Ja, Ja, Du wolltest dich von, Von der Wand, Carrying lassen, Gerade zu mir, Das habe ich genau gesehen, Oh nein, Ach, Scheiße, Ich kriege auf die Fresse, Dreh dich um, Nicht mich, Nehmen den anderen, Ach, 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 Hey, Marcy kriegt auf die Fresse, Oh, Wie weit er weggeflogen ist, Das ist sehr cool, Tut mir bitte nicht mehr, Du willst gar nicht, Marcy, Heil dich, Marcy, Heil dich, Bitte, Heil dich einfach, Wuhu, Wui, Ja, Was willst du, Ich habe Schwert und Schild, Du kannst mir gar nichts, Ich bin dir, So viel Schritte voraus, Aua, 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 Ich glaube, Sein Dampf tut auch weh, Wenn es sich davon erwischen lässt, Stufe 4 ist nicht Stufe 5, Aber wir sollten angreifen, Ich muss nur nicht meinen, Ach, Nicht schon, Wie, Warum, Warum schilde ich nicht, Bin ich retarded? Ich habe zu viel Wagemut Style in meinem Kopf drin, Tschüss, Schnell, Halt, Ach, Wir wurden geheilt, dough, Nein, 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 Jetzt gehts, Jetzt gehts, Geht doch in den Boden rein, Ist mir doch egal, Auch mal Öl, So, Ich will denschaffen, Ich will denschaffen, Ich will ihn, einfach nur Schaffen. Ist das so viel verdammert? Ieeee, Okay, schnell. Es ist nicht der perfekte Moment, um das zu machen. Scheiße. Oh, oh. Wow. Tut mir leid, führt das lauter Beschreien. Aber ich sterbe gleich. Oh, ich bin noch nie verwirrt. Schnell weg hier. Halt, 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 halt. Das hilft mir nicht. Ich muss vorgehalten werden, sonst tötet er mich trotzdem. Okay. Oh, er ist weg. Warum bist du so? Diablos, dich mag niemand. Was Schlimmes, ich glaube, es gibt einige Leute, die ihn mögen. Aber warum? Pass auf, Marcy. Pass auf, Marcy. So, mach mal das. Ich hab dich jetzt gegeilt. Du bist jetzt automatisch geil. Oh, hier ist ein blödes Gebiet. Ein Gebiet der Kälte. Hier ist mir kalt. Das mag ich nicht. So, erstmal hier rein. Warten, bis Marcy kommt, bevor ich mein Skill mache. Oh, ein Gebiet der Hitze. Ey, der ist gerade umgeflogen. Ich würde jetzt gerne... Okay. Er steht sehr schnell wieder auf. Oh. Nicht mit mir. Oh. Oh. Ich will ja, ich will ja eigentlich, ich will ja, ich will ja angreifen und so. Aber... Easy. Jetzt gibt's auf die Frosse. Mach den Skill. Mann, dieses blöde Steuerkreuz-Pad ist so shit. Von 12-Mur-Kontroller. Egal. Ich hab's geschafft. Also, was hast du mich angegriffen? Hab ich gar nicht gesehen. Hahaha. Und weg hier. Und weg hier. Er ist nun ein Monster des Bodens. Hab ich eigentlich den Schweif gekauft? Ich glaube nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Er braucht es schon. Ist ja nur einer der schwereren Monster im Spiel. Er braucht schon seinen Loot. Scheiße. Nein. Oh. Aui. Ich hätte gerne wieder meinen Rundumschlag. Schlag. Äh. Ui. Hey du. Ich geb dir auf die Fresse. Mein Name ist Hans. Das L steht für Gefahr. Wow. Nicht mit mir. Wow. Ach nein. Kamera. Ich hab außerdem auf den Kamera-Button gedrückt. Das hat mir Angst gemacht. Okay. Das war Marcy Gamer. Er war mal einer der Lebendigen. Jetzt ist einer der Toten. So ist das eben. Im Showbusiness. Nö, tu mir nicht weh. Wiii. Jetzt bin ich am Arsch. Doch nicht. Noch nicht. Oh, okay. Er hat gerade geschrien. Peko ist vermutlich auch gleich tot. Wir gehen mal langsam zurück. Er bewegt sich. Ey, er humpelt. Du kleiner Noob-Gegner. Was bist du denn? Kriegst einfach so auf die Fresse von uns, als ob du irgendwas kannst. Schau dich an, Mann. Schau dich an. Keine Chance hast du, du. Noob, 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 noob. Was willst du denn? Ha? Ich habe nie Angst vor ihm. Ich meine, schau dich an, Mann. Als ob man vor sowas Angst haben könnte, Mann. Nächstes. Ja, Diablos. Easy. Easy. Einfachste Gegner im Spiel. Ohoho. Ohoho. Wie er weggehumpelt ist. Wie so klein. Als könnte er nicht laufen. Zu dumm zum Laufen. Also echt jetzt. Ja, wir überlegen, das Heilfass zu holen. Das 100 Jahre braucht, bis es Leute halt. Und dann sowieso schon viel zu spät ist. Also werde ich es nicht tun. Na, ma. Komm schon. Bitte. Tu mir nicht weh. Sehr nett von dir. Okay, ich habe ihn auch erwischt. Jetzt kann ich, jetzt kann ich krass sein. Angriff, Angriff. Boom. Ich will hier weg. Aua. Er hat eine Falle gesetzt. Ich muss da hin. Ui. Und hoffentlich greift das sich nicht in den Boden ein. Ah, das ist das Problem. Wobei, hier bin ich halb safe. Außer Hüft. Pekko. Fang ihn. Fang ihn, du Luder. Einfachste Spiel der Welt. Ich würde sagen, man. Also. Easy. Easy. Ich weiß gar nicht, warum ich den im Monster Double Cross nicht geschafft habe. Er ist ja, er ist lächerlich. Schau ihn euch an, den kleinen. Oh, mit so einem kleinen, kleinen Zehnchen und seinem kaputten Hörnchen. Oh. Heilige Scheiße. Discord soll in der Beschreibung. Außerdem auch. Bitte abonnieren. Oh, bitte. Nein, Scherz. Ihr könnt. Ihr müsst nicht. Und, oh, wir haben es geschafft. Okay. Hallo, Pekko. Oh, ist Marci? Ist Marci tot? Ruch, ruch, ruch. Oh. Pats. Unsere Belohnung. So. Gut. Dann habe ich zum ersten Mal den auch geschafft. Das ist schön. Und dann würde ich jetzt auch die Folge beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau.